Moin Leute, euer Captiver hier und willkommen zurück. Wir sind hier wieder dabei, die Produktionsinsel aufzubauen oder auszubauen. Und wir schauen uns das dann gleich oder in einem späten Verlauf nochmal an. Ziel ist es jetzt demnächst mit Ground Falls zu beginnen. Da sehen wir schon, da haben wir ein kleines Problem, weil wir noch nicht die ganzen Dinge hier hin liefern. Das müssen wir jetzt alles korrigieren. Wir brauchen ein paar Schiffe. Das ist mal Ziel 1, dass wir Schiffe in Ground Falls haben. Und dass wir jetzt auch gucken, welche Items wir da mitnehmen können. So, die Tierhöfe nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Eigentlich können wir alles mitnehmen. Wir werden jetzt eh nicht mehr besonders optimieren können. So, du darfst jetzt schon mal nach Ground Falls. Und wir müssen auch nochmal schauen, was für Items wir hier vielleicht noch ergattern können. Also, wir haben hier jetzt noch die Großküche. Rindfleisch, Schweine. Nee, die brauchen wir nicht. Die Suche machen wir später. Und ansonsten haben wir hier einen Belüfter, Marktplätze. Hochrad. Sind wir noch nicht so weit. Ingenieur, der Fleischermeister. Die Metzgereien. Können wir mal mitnehmen. Rezeptarchivarien. Hatten wir gerade schon Möbel. Na, war er nicht. So. Kostümbildnerin. Die Kostümbildnerin haben wir die nicht hier in einem drin. Doch, die Kostümbildnerin haben wir schon, also brauchen wir die nicht. Wissenschaftsgenie. Hier, Glühbirnen und Phonografen. Auch gut. Ja, mit. Steinbruchmeister. Vorspielerin, jawohl. Auch mitnehmen. Okay, wir haben hier keinen Klipper mehr. Wir müssen mal schauen, ob wir noch irgendwo Frachter herbekommen, weil das sind echt die besseren Schiffe. Aber das sieht schlecht aus. Die müssen wir echt bauen. Das wird nervig, sage ich euch. Wenn wir die bauen wollen. Aber gut. So. Die Bauern sind schon mal nicht ganz so glücklich. Kann ich mir sicherlich oder kann ich nachvollziehen. Also, warum ein Hehl daraus machen. So, die Prinzessin. Ja, die Schmachtin. Wenn etwas so süß schmeckt. Aber. Weißt du. Gut. Ich verrate nicht, wie meine Tricks funktionieren. Also, jetzt machen wir nochmal die Quest. Vielleicht kommt ja irgendwo mal nochmal was Tolles dabei rum. Ich würde sie nicht an der Lieferaufgabe. Weiter ein Ziegel, ja, die kann ich haben. Reissäge, naja. Bringt mir jetzt nur bedingt was. Und daher. Ja, die haben wir schon mal, diese Insel. Dann gehst du jetzt definitiv mal nach Brown Falls. Und machst hier als allererstes mal. Ne, ne, ne. Wir machen es jetzt anders. Wir bauen hier Dampfwägen. Was brauchen wir denn für die Dampfwägen? Wir brauchen Messing. Das haben wir hier halt noch nicht, gell. Das haben wir hier nicht. Aber eigentlich kein Problem. Brauchend Elektrizität. So. So kriegen wir das vielleicht sogar hin. Könnte verstreichen. So. Wir testen es aus. Die Seite. Ah, das langt nicht. Das langt nicht. Das ist ja mehr als ärgerlich. Das langt nicht. Das wir hier die Dampfwärtschiff hinbekommen. Okay, aber das ist auch nicht schlimm. Dann produzieren wir es dennoch. Halten Sie sich besser die Uhren zu. Ja. Admiral auf der Brücke. Flaggschiff. So. Genau. Dann kaufen wir das jetzt mal wo ein. Zumindest mal ein bisschen, was wir produziert bekommen. Auch hier hin. Das Einkaufen. Kupfer und Zink. Dann machen wir Messing. Ist jetzt einfach so. Das produzieren wir mal kurz selbst her. Eisenschwörter war man nicht. Aber beide können wir mal ab. Ich habe eine Tasche. Aha. Und wo will er das jetzt hier? Dann Glühbirnen. Und Segel. Okay. Ein Ton Glühbirnen. Und Segel waren es. Guck mal nochmal. Was wollte er nochmal? Neun Tonnen. Und 18 Tonnen Segel. Okay. Segel, 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 Segel. Ich bin blind. Hier sind sie. Gut. Ab geht's. Brown Falls. So. Kommen wir dann gleich zurück. Gut. Dann brauchen wir hier nochmal geschwind eine kleine. Kleine Upgrade Party. Da auch. Hat sich das wieder eingependelt. Gut. Dann kaufen wir das jetzt einmal ein. Bester. Und. Quatsch. So. Wollten wir doch zumindest so viel rauskriegen, dass wir irgendwie wenn wir dann da ausstromen. Hier hin langt der Strom leider nicht. Da da da. Ärgerlich, ärgerlich. Ne. Er langt leider nicht. Und dann da im anderen Kraftwerk kriegen wir es wahrscheinlich auch nicht hin, oder? Können wir auch vergessen. Ach, so ein Mist. Gut, dann müssen wir das aber definitiv hier hin liefern. Und hier mit dem einen Kraftwerk dann relativ schnell. Das bringt uns auch wieder nichts. Ja, doch komm. Wir nehmen jetzt einfach mal die Schiffe, die wir hier zur Verfügung haben. Komm, was soll denn der Scheiß? Alles mit dem Siegel der Königin. Ja, königlicher Siegel. Das bringt uns hier alles nichts. Wir brauchen eigentlich jetzt noch den Helleskop, was auch immer das sein soll. Leider nicht, wie das aussieht. Ich gehe davon aus, dass ich es eigentlich jetzt kriege hier. Oh nein. Ah, Geld haben wir. Ah, da war es glaube ich schon. Gutes Fernglas, ne? Telemobil. Das Skop. Navigation. Hat es. Jo. Das nehmen wir mal mit. Das hilft uns auch. Mal gucken, ob wir hier noch einen Krieger. Gut. Dann bauen wir halt hier nochmal. Ah, jetzt fehle hier wieder die... Achtung, der Bosch. Jetzt fehlt das hier wieder. Gehen wir mal hin und hängen die auch nochmal ans Stromnetz. Sollte das auch nochmal etwas schneller gehen. Soll jetzt auch unser Schiffchen gleich mal hier sein. Die ganze Items. Was wir zum Beispiel in die Produktion übergehen können. Oh, doch ein bisschen was produziert sich schon. Das ist ja schon mal sehr schön. Warum macht es das? Haben wir Messing hier? Echt schon Messing? Oh ja. Sehr geil. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt, aber na? Passt. Dann müssen wir nur überlegen, wo wir denn die Dampfschiffwerk bauen. Oder ob wir nicht einfach... Ganz ehrlich, das improvisieren wir jetzt. Mache hier nochmal. Kriegen wir das runter hier. Gibt sich relativ gut, denke ich sogar. Ja, jetzt machen wir jetzt hier rüber. Da gibt es hier nochmal ein Kraftwerk. Gut. Und der Geilze, ja. Genau so machen wir es jetzt. Perfekt. Jetzt brauchen wir die Dampfschiff wirft. Gucken wir mal noch, wenn wir hier noch das alles versorgt kriegen. Da könnte man auch nochmal richtig Gas oder Glühkhörber auch. Oder? Mal schauen. Ja. Dann muss ich auch nochmal alles optimieren. Besser nur, wie wir da Strom halt hinkriegen. Wollte ich jetzt mal sagen. So. Jetzt brauchen wir nochmal da ein bisschen Upgrade Party. Könnte jetzt auch hier klappen. Von daher. Wachtschiff. Genau. Perfekt. Geht's jetzt ab? Klein. Ein neuer Auftrag. Perfekt. Hey, ich bin echt clever. War das. Mal gucken. Wenn wir den Katscha brauchen wir jetzt eigentlich den Kaplan. Noch. Was bloß nicht wieder aussieht. Die Tür, der bringt uns jetzt mal noch nix. Handbauer. Weichnerin. Oh Gott, naja. Bestimmbildnerin. Die haben wir schon. Metzgerwieser. Alles nix. Die Höfe haben wir schon was. Wahrscheinlich aber zweimal. Baumeister Bill Schnaps. Sehr schön. Ah, ich weiß nicht. Katscha. Eigentlich brauchen wir irgendwo ein paar mehr Braucher. Den guten. Louis, der Pirat. Ne, das diesmal nicht. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Höfe haben wir auch nicht. Verraste, da hätten wir ihn schon mal. Covelier. Dann machen wir den Pirat mal mit. Zurück. Machen Sie was. Die Bedingungen sind schlecht. Was? Geleitschutz. Ich habe die Menschen nicht gegen dich aufgehetzt. Das war nicht nötig. Das ist ein Quark. Und gleich. Mal gucken, ob die Schiffe schon angekommen sind. Siegel zum Beispiel. Oh. Fregatte. Mal in der alten Welt keine Fregatte. Nö. Gut, die können wir kaufen. So. Ab geht's. Dann machen wir die gleich mal auf die Schnelltaste. und da wollten wir jetzt noch mal weiter suchen nach dem Kaplan. Wie auch immer der aussieht. Den habe ich leider noch nie gesucht oder gebraucht. Bäckerei. Mal mitnehmen. Michael, jawohl. Er hilft uns. Die Bäuerin, die haben wir. Brillenfabrik. Brauchen wir im Moment noch nicht. Nehmen wir dann später mit. Salima. Salima. Oh, jetzt müssen wir auf die Kohle achten, demnächst. Geschäftsmann. Hm. Valores. Garrick. Alles erledigt. Du hast einfach den Dreh raus. Nehmen wir mal mit. Lui, der Pirat. Eisgekrönte Bauerschnapsbrenner. Na. Bitte, der Speditor ist das auch nix. Okay, einmal noch. Mabel Tischler. Und Künstler. Gut. Daher zurück damit. Garantieren Sie für unsere Sicherheit. Gut. Dann da hinterher. Und dann lassen wir das doch mal laufen. Okay. Gut. Den gibt es, glaube ich, auch nicht. Aber dann ist so. Dann ist das so. Was will der hier von mir? Eine Rätselaufgabe. Okay. Hören Sie den Kläger an. Jawohl, dann hör mal auch an. Kläger mal fotografiert. Ab geht's. Was will er noch? Gar nicht. Okay. Sehr schön. Wo gibt es hier nochmal eine Quest? Da gibt es noch eine Quest. Ein Opfer meiner eigenen Suche. Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Und Schuss. Mal gucken, ob man die irgendwie eingekauft kriege. Also, haltet. Kaufen. Also. Gucken wir mal. Perfekt. Fachchef. 1 gleich. Ein neuer Auftrag. Nehmen wir mal alles mit in die neue Welt, oder? Seien ins Kap. Mengenhausen direkt mal. Jetzt kann man da damit wieder zurück. Ja, die machen das hier schon. Gucken wir mal, ob wir die Insel auch. Wenn man nochmal kriege, gleich noch. Haben wir zum Beispiel die großen Inseln mal alle hier am Start. Das kann ja auch hier hin. Die wird mich danach halt nicht mehr mögen. Aber das ist halt so. Okay. Dann roten wir die vielleicht komplett aus, bevor wir weitermachen. Sparen Sie dem Kaiserhaus diese Schmache. So. Dem Kaiserhaus diese Schmache sparen. Jawohl. So, jetzt wenn wir gucken, hat der vielleicht von uns wieder was eingekauft. Alle Inseln. Kriegschiffe, Inselanteile. Ne. Gehen wir mal ein bisschen Kohle rein. Von daher. So. Okay. Da fährt alles. Das ist jetzt hier wieder nicht genügend Arbeiter. Was soll denn das? Was soll denn das? So. Da können wir hier noch. Minimalist. Müsst doch passen, oder? Oder wo haben wir hier diese enormen Schwankungen? Bin ich etwa zu eifrig? Volles Lager. Okay. Achso, da haben wir ja nichts umgestellt. Das sollten wir aber mal jetzt tun. Sonst wird das ja ganz dumm. Da haben wir ein bisschen Zeit verschwendet jetzt hier über den ganzen Aufbau. Sagen wir es mal so, wie es ist. Also fangen wir da mal an. Was brauchen wir hier? Export, Import. Propfen. Hals. Könnten wir dann einkaufen. Das ist mal noch nichts. Hier brauchen wir Wurst. Wurst. Also kaufen wir hier mal jetzt Wurst ein. Wie viel brauchen wir da? 700. So. Können wir hier zumindest hin. Gott. Pelzmäntel brauchen wir hier. Oh, okay. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Dann machen wir hier weniger. Pelzmäntel, ja. Und hier brauchen wir was. Export, Import, Export, Import. Bereit für das gute alte Gefehlschel? 300. Nehmen wir hier Zement. Ja. Gut. Und zu guter Letzt brauchen wir Bananen, Schokolade. Kaffee. Also. Was haben wir hier noch? Überflüssig. Schauen wir mal, was wir hier noch nicht verbraucht haben. Ja, komm, bleiben wir hier bei denen. Bananen. Wie viel brauchen wir da? 900. Gut. Also. Die haben wir. Jetzt brauchen wir die Nähmaschinen. Benzern wir mal. Jetzt müssen wir es mal ein bisschen ausbauen hier. Geht hier nicht mehr. Dann brauchen wir hier die Stadt. Oh Gott. So. Ja, da können wir gut ausbauen. Sehr stark. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Haben wir hier noch der Verladekai Exportbüro. Mal schauen, wie könnten wir hier denn. Ja, dann müssen wir vielleicht das oberste wegmachen. So. Da war was schöneres. Drüm, drüm. Ne. Wollen wir mal nicht zurecht ums Eck mit dem Scheiß. Das passt auch nicht. Da war der Verladekai Hammer. Expert Import. Ja, das sieht jetzt halt so schön aus. Scheiß da drüben. Okay. Haben wir das hier auch noch. Haben wir jetzt ordentliche Schwankungen gerade. Warum? Weil die keinen Strom haben, oder? Oh, jetzt Lehmkuben. Der ist stark. Ja, den will ich. Ganz klar. Ah, da haben wir. Die Polizei kommt da auch hin. Ja, Gott. Dann ist es so. Mal schauen, wo ist auch der Steven. Ah, da ist er doch. Lehmkuben, Salpeter, Quarzkrub, Zementmien, Lehmkuben. Ich glaube, Quarzkruben. So ein Quarzkrub ist eigentlich da echt gut dafür. So. Und dennoch mitkommen. Ab geht's. Ach, Ground Falls. Ja, das machen wir da hier noch schön. Können wir hier noch mitnehmen. Komm mal rein. Kraftwerke, fahre noch Pflanzer. Da Pöhr hilft. Landwirt. Klingt jetzt nix hier an der Stelle, die guten. Das Tymbildner, die kommt auch ganz schön oft jetzt im Moment. Wenn man sie eigentlich nicht mehr braucht, ne. Die Bäuerin. Walfänger, ja. Was könnten wir denn da noch gebrauchen? Gibt's da noch irgendwas, wo wir mal... Ja gut, wir können auch mal gucken für die Expedition. Glaube bräuchten wir wahrscheinlich noch. Glaube und das halt irgendwie so... Nicht wenig. Ja, die bringen jetzt nix. Da, 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 da. Fremdenführer, na. Halt alle geschickt, geschickt, geschickt. Bäcker, den haben wir schon. Glaube. Na, da kann gar nix. Verrasten wir mal auf jeden Fall mal mit. Maschinist drin, das nehmt auch nix. Geschickt, nein, nein, nein. Da haben wir nix. Glaube 10. Das ist alles später noch. Mitchell nochmal. Ein Zerner, der bringt uns, der hilft uns jetzt nicht weiter. 20er. Gibt es da wirklich noch einen mit mehr? Glaube. Aber das... Sieht schlecht aus, würde ich sagen. Ne. Da wird es eh, nö. Einmal noch. Die Händlerin, ja. Dann lassen wir dort erstmal hier. So, schauen wir mal im Cup nach. Wo stehen wir da? Brigatte. Das fährt jetzt gerade hin. Da haben wir was bekommen. Also zurück. Sind unterwegs! Mal schauen, was brauchen wir hier. Das lassen wir hier. Alle Minenschneidereien, Tierhöfe. Das darf alles nach Farminghausen. Da hilft uns auch was. Und ansonsten... ...brauchen wir jetzt langsam mal die Schiffe. Ohne die Schiffe wird das nämlich gar nichts. Und hier fehlt es überall an Leuten. Das ist ja unfassbar. In der Bevölkerung knistert es vor Spannung. Ach Gott, wir können hier von mir aus auch nochmal ein paar Häuser reinpflanzen. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Und die können wir ja noch erweitern. Ganz ehrlich, das Ding kommt es jetzt nicht mehr drauf an. So. Arbeiten. Was will die? Wo will die sich niederlassen? Dieser Insel, er macht das für mich. Und das nehmen wir mal auch nochmal mit. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Und hier geht es auch nochmal erweitert. Dass wir vielleicht dieses Theater jetzt endlich weg haben mit denen. So, und was fehlt denen? Alles in Ordnung soweit. Ja, dann gibt es jetzt hier halt nochmal. Gut, und der Marktplatz reicht wahrscheinlich auch nicht ganz. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es so. Gut, dann können wir nämlich hier gleich mal nochmal hochgehen. Ja, auch. Dann kann er hier nochmal hochgehen. Und hier. So, und jetzt müsste ich es hoffentlich irgendwie bis man es in den Griff kriege. Ja, die ziehen halt hier erstmal ein. Ah, da geht nicht viel. Gut versorgt mit Fisch. Oder zu wenig jetzt gerade nur noch. So. Jetzt bauen wir da halt nochmal ein bisschen Fisch hin. Das Problem. Das soll doch das kleinste Problem sein. Meine Freunde. Bei der Klamotten wird es jetzt auch nicht eng sein. Also beim besten Willen nicht. Dauert halt nur. Gut. Also die gehen jetzt hier hoch auf jeden Fall. Da dauert es auch gut. Da brauchen wir mehr Stahlträger. Mal nochmal einkaufen. Gehen wir nochmal nach Items. Gibt es da überhaupt irgendwas mit Glaube? Immer noch der gleiche Scheiß, dass er teuer ist. Kauf mal da drüben mal kurz die. Ja, die hat es wieder zurückgekauft. Ah, der hat es zurückgekauft. Gut. Setz die Segel. Ah ne, halt nochmal. Wir können hier mit den Schiffen auch hier einkaufen. Geht das mal durch. Also zurück mit den Fregatten. Und jetzt müssen wir mal gucken. Da, die laden wir jetzt aus. Dann haben wir den ersten Transfer. Also gut. Gehen von hier jetzt Farminghausen zurück. Und wir laden aus. Fisch haben wir ja selber da. Damit haben wir schon den Upgrade nahezu. Volles Lager. Kein Platz mehr frei. Kein Platz mehr frei. Okay. So, machen wir das hier mal noch. Ja. Das geht noch. Und das. Gut. Na, das geht noch. So. Wähle nur noch. Ja. Wählt nur noch das. So, ist doch schön. Könnte gut laufen. Haben wir noch ein paar Schiffchen. Und dann sind wir auch glücklich. Und dann geht der Ausbau endlich mal los. Unfassbar, wie lange das dauert. So, du gehst auch ins Cup. Und versorgst die auch gleich noch mit Schnaps. Gibt es nicht gar nichts. Gibt es nicht gar nichts. Und Frachtschiff, ja. Ja, weil. Schiff ist von der Überfahrt zurück. So, Cap Trilani. Ne. Nehmen wir gleich das nächste. Wurst. Mal gucken, gibt es noch woanders Schiffe. Ah, noch halt keine gute. Wo sind denn die jetzt? Langsam mal da. Ja, gleich haben wir es geschafft. Ja, mal ganz kurz hier noch in den Ausbau. Und das fällt mir nämlich gerade noch ein. Also die Schäfereien, die brauchen wir jetzt mal. Also zwei. Da glät drei draus. Passt. Braucht mal die. Wo sind sie? Ich habe die jetzt hingebracht. Webereien hier. Die Webereien. Passt. Dann produzieren wir das. Schnaps können wir jetzt gerade gar noch nicht. Fällt mir ein. Da fällt uns die Kartoffelhöfe. Und für die nächste Ebene brauchen wir. Brauchen wir das? Dreimal. Auch dreimal. Das war das Wichtigste hier schon mal. So. Hier kaufen wir es ein. Das wollten wir mitnehmen. Der andere darf auch mitnehmen. Was? Tutututututututu. Ja, nix kommt. Zurück mit euch. Ponchos, es wird nix mit den Ponchos, glaube ich. Das wird nix. Wenn du jetzt anfängst zu schreien, geh da raus und tu es. Sei impulsiv. Fluchtwellen, klingst sie öffnen. Leuchtturm oder Ausleben. Wir liefern jetzt erst mal aus. Bis Rathas. Wenn ich genauso lasch an der Presse. Ja. Das Volk. Das Volk. So. Die gute. Erhöht. Eigentlich. Wenn du das vorschlägst, dann vertraue ich dir. Allianz geht hier immer noch nicht. Nämlich an. Okay. Dann kaufen wir doch jetzt mal diese Insel hier noch voll auf. Dauert noch. Okay, die Items. Da brauchen wir nicht mehr arg viele. Die nehmen wir mal alle mit rüber. Und dann geht es hier im Crown Falls auch vorwärts. Volles Lager. Volles Lager. Volles Lager schon. Das ist der Wahnsinn. Müssen wir auch hier mal kurz gucken. Was brauchen wir hier denn als erstes? Wir haben sie beschäftigt aus. Da kommt jemand. Wie viel haben wir da im Moment? Da haben wir zwei. Also brauchen wir zumindest mal Sky. Können Sie ja mal nicht so arg übertreiben. Und auch mal die Eisenmine können wir mitnehmen. Einmal schon mal gut ist die Grundversorgung. So, wir haben noch mal eine. Da ist noch eine. Also. Hier gibt es eine. Ja, kommt nicht ganz hin, aber es ist so. Gott. Mal schauen, wo wir es hin platzieren. Hier. Mal festen. Und noch eine Feuerwehr dazu. Geht mal hier rein. Sehr schön. Also, jetzt brauchen wir hier gleich mal die Upgrade Party. Die geht ja auch klein los. Das ist jetzt das kleinste Problem gerade. Schief vom Stapel gelaufen. Jawohl. So, du darfst hier gleich mal was mitnehmen. Bauen wir mit dir mal in die Neu 1 Cup. Daraus kannst du mitnehmen. Die Tür. Was meinst du? Oh, mit. Die bringt uns nicht. Alberg, ja, weil. Ja, komm. Erst und. Downfalls. Oh, der letzte drauf. Ja, gemacht. Ich sehe meine Berater brauchen ich bei so einem. Mach das, mach das, mach das. So, das geht jetzt voll. Sehr schön. Kann man hier nochmal langsamer machen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir auch wieder die Episode. Jetzt geht es hier los mit dem Ausbau und Aufbau. Bis jetzt nach und nach alles ranschaffen. Und daher schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bleibt gesund. Und bis bald. Danke. Und ich werde dann wieder immer wieder Хотzen. Und dann zeh der objective. Und das ist diese ein sehr gute Problem-Schnecke. Und in rồi zwei. Und dann sind quasi du mal ganz drauf.